Jetzt habe ich sofort wieder die Melodie von Funky Town im Kopf. Ich habe auch gerade das böse Gefühl, dass die Server... Ah ne, geht schon weiter, geht schon weiter. Skate! Wir können das. Ach, das wird wieder peinlich. Pisswasser. 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 Können wir schon mal ein Auto klauen? Nein, das überfährt mich doch nicht. Hallo, das will ich. Hallo, du bist riesig. Das ist sehr robust. Hast du schon mal gesehen, wie groß das ist? Nein! Nein, scheiß Lady, ohne Witz jetzt. Oh nein, und der steht da noch. Ist er wieder zurück? So, ich bin wieder da. Ja! Steig ein. Umstechen, achso. Wurde gerade sagen, warum steige ich hinten ein? Ja. Können wir los? Können wir los? Können wir los? Jo. Wie gesagt, L-Form irgendwie, damit wir halt relativ viel Deckung haben und dann geht das voll. Okay. Dann passt das, dann wird das Weed. Wir schaffen das. Stand da gerade ein Fahrrad? Können wir das schaffen? Das war mein Fahrrad. Ja, wir schaffen das. Ich dachte mir nur so, boah, ein Fahrrad, das gehört bestimmt Schaffi. Das können wir auch nehmen, um Deckung zu nutzen. Vielleicht können wir damit irgendwen abwerfen. Ja, ich bin immer mit dem Fahrrad am Ballen, das ist irgendwie. Beste Deckung. Ich gehe davon aus, dass wir einen guten Plan haben. Vollidioten. Okay, jetzt hier so einfach irgendwie parken. Okay. Also. So ist perfekt. Einfach so dran fahren. Super, so ist gut. Wenn der uns da nicht umfahren würde. Alter, wir brauchen sein Auto. Du hast recht. Nein! Tja, sie hat mich gerade umgefahren. Das nenne ich aggressive Autofahrer, ey. Ich höre es dir. Jetzt kommen die halt theoretisch alle von da hinten raus. Und die sind halt total easy zu treffen dann. Das ist das schönste am Controller. Einfach diese Auto-Aim. Ich muss überhaupt nichts machen. Arschloch. Von rechts. Ich dachte immer, Computerspielen macht irgendwie reaktionsfähiger, aber irgendwie nicht. Ja, das ist ein Gerücht. Ich glaube auch. Weil ich dann einfach immer so übelst nubig bin. Ich krieg nämlich einfach nie was mit. Wo eine von der Seite doch. Das ist genauso wie Computerspielen macht aggressiv. Die blöden Bixler, die machen uns doch nicht aggressiv. Eben. Eben. Wenn, dann machen einen die alten Spieler aggressiv. Die noch Anspruch hatten. Wo ist denn der eine Dude, der da noch rumeiert und halt irgendwie nicht rauskommt. Den suche ich auch die ganze Zeit. Ihr auch? Ich habe ihn ganz kurz gesehen, aber... Da ist er. Aber der ist schon richtig vorsichtig unterwegs. So, jetzt kommen sie alle wieder raus. Oh shit. Und ich wollte hier gerade und so. Leute von da drüben. Das einzige, was du willst, ist in Deckung gehen und da zu bleiben. Lauf, die haben wir richtig. Ja, richtig. Ist das dein pinker Lenkraketenwerfer? Ja. Er ist pink? Ja. Du, ich finde das wahnsinnig. Der pinker Lenkraketenwerfer ist pink. Hörst du mal auf hier. Oh oh. Von links, von links, von links. Ja. Warum explodiert hier schon wieder so viel? Ich schieße die Autos ab. Das machst du gut. Oh warte, ich will auch mal. Das ist das Falsche. Oh man, das wollte ich gerade haben. Sorry. Egal wo ich jetzt gespuppen bin, war eine scheiß Idee. Fuck man, egal was hier gerade abging. Ich habe gerade ein paar Schüsse kassiert und muss mich übeln stacken. Oh Leute, jetzt bin ich schon, weil ich bin genau in den Gegner reingespaunt gewesen. Respekt. Das passiert viel zu oft. Das ist so nervig. Ja, ja, ja. Oh. Ah! Du Scheiße. Und vor den Bildschirmen regnet es gerade wahrscheinlich zu Gesichtspalmen. Ja, definitiv. Hm, sind die. Ne, guck ich doch nicht. Oh guck mal, sie machen fünfmal dasselbe. Ist ja interessant. Ja, das karte ich ja alles raus. Das ist gut. Da ist sich doch nicht alles drin. Das ist gut. Ich muss ja meine Kat-Skills ein bisschen anwenden. Ja, du kannst es auch, Mann. Ich nicht. Weißt du, wenn du dann so ein Video siehst, ne? Meine Kat-Skills? Ja, so eine Kat-Skills. Kat von Mujishin. Alter, wenn du Lisbeth oder so ist dein Name auch ein bisschen schwer, kann das sein? Mujishin. 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 So, irgendein fettes Auto muss da hinten fährt gerade eins weg. Nein, so fett war das nun auch wieder nicht. Das war- Hier nehmen wir das Hybride-Auto. Nein, ich bleib hier stehen. Müsstest mal meine Grafikanstörung noch weiter runter, ey. Ich nehm mal noch ein drittes Auto. Mach mal. Das ist perfekt. Je mehr Autos, desto mehr Deckung, desto besser alles. Hey, wir bauen uns einfach in vier Autos ein. Warum schießt hier alles? Ich nehm das hier. Das sieht ziemlich gut aus. Oh, da schießt ein Redneck auf uns. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Raus hier, Bruder. Ja, und ich bin jetzt. Hi. Oh, au. Übertreib's einfach. Oh, warte, 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 ich muss den Redneck überfahren. Können wir anfangen? Ich hab ihn nicht gekriegt. Warte, ich muss den Redneck noch töten. Ich fahr schon mal weg, weil... ...und den Verkehr behindern. ...und den Verkehr behindern. Alter, diese scheiß Rednecks. Das war gerade übelst unrealistisch. Ich hab einen Zaun oder so mitgenommen und das sah so aus, als ob das Holz explodieren würde. Ach, diese Füße jetzt. Ja, das ist ein bisschen beständig. Ja, ich haus schon im Arsch, weil ansonsten der Typ mich wieder aus dem Auto zieht. Bam! Nein! Das erste Filz war extrem robust, ich muss sich feststellen. Und wegen dir bin ich von der Brücke geflogen, du Arsch. Tötet euch nicht auf dem Weg dahin. Also das Auto hat schon keine Tür mehr. Dann gib mir noch zwei Monate und du springst von der Brücke wegen mir. Dafür kenn ich dich jetzt so lange. Ich glaube, wenn ich's in den Jahren jetzt noch nicht gemacht hab, werd ich's auch in Zukunft nicht mehr tun. Ach du Scheiße. Wer bleibt. Werden's von der Frau verfolgt. Deswegen bin ich losgefahren. Hallo. Hör mal auf. Ich bin überfordert. So. Ach, die Alte haben mich hier abschießen, die Sau. Alter, die ist hier echt hinterhergefahren, ne? Ja. Nein. Du hast ja Auto geklaut, was erwartest du? Also das Auto hier hat keine Tür mehr. Pass auf, ich park jetzt hier. Das ist voll gut, wie das hier läuft. Ich bin schon sehr stolz. Also ist schon so ein guter Anfang, glaub ich. Ja. So kann das das werden. Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Das, ich hab ein gutes Gefühl. Ja, definitiv. Ich hab vor allem jetzt mal zum Monster, hast der Tor gewechselt. Das ist gut. Besser. Hauptsache der Zaun liegt einfach weg. Aber das ist auch gut so, weil der Zaun, der war einfach repräsentativ für die Barriere zwischen uns und ihm. Ja, eben. Aber dabei wollen wir alle nur Freunde sein. Alter, was geht denn? Ich mag es mit dem Controller leider mehr, weil einfach Auto-Aiming alles kann. Ja, du musst einfach nur auf den Glock drücken. Ihr seid solche Nutten. Aber es ist richtig übel. Was ist dein Problem? Und sag, wir schaffen das jetzt mal zum 80. Mal. Da hast du recht. Dann nehme ich auch gerne Auto-Aiming in Kauf. Wow. Nicht unsere Autos in die Luft. Habt ihr gar nicht. Alles, nur nicht das. Ich sah gerade nur, wie so eine Rakete einfach so zwei Zentimeter mir vorbeiflog. Das ist voll langweilig. So, Schwestern. Jetzt ist hier wirklich alles vorbei. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich habe keine Munition mit meinem Sturmgeherr. Ach, du auch gerade? Ich dachte, ich mache auch mal. Ich habe euch weg. Es fiel so verschwenderisch. Das geilste an Auto-Aiming ist, wenn irgendein Gegner in so einem Busch sitzt und der zieht einfach automatisch drauf, obwohl den überhaupt nicht sehen kann. Was ist denn hier passiert, Mann? Ach, der Plan failed. Äh, äh. Was? Hier, hinter die Autoleichen. Ich bin wieder zu euch. Meine war es nicht. Meine war komplett unfokussiert. Meine flog in eine komplett andere Richtung. Das war wahrscheinlich irgendwas von dem. Wie viele Kugeln steckt denn hier ein? Alter! Aber die Autos explodieren doch auch irgendwann, wenn da zu viel Schaden genommen wird. Ja, eben. Ja? Alter, scheiße. Warum explodiert hier einfach alles? Weil da gerade schon wieder ein Auto kam. Oh, ich verstehe. Oh, warte. Ich bin so unproduktiv gerade. Dankeschön. Oh, ich wollte dich nicht abschießen. Ich wollte es weg. Ich wollte es weg. Oh Gott. Wo ist es denn hier? Ich kann ihm in die Füße schießen. Ein Stück da auf. Ja, das mache ich auch gerade. In den Arsch. In die Füße. Alter, von hinten kam irgendwas geschossen. Wo kam das her? War die neben da, oder? Der Mutterficker da drüben war das. Warum ich auch nie den Kopf treffe und den einfach in meinen Pupul schiebe. Das ist so super ätzend, Alter. Ja. Immer auf den Kopf ziehen. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Nein! What are you doing? Sterbing. Why? It's not hard. Really? Das Leben war einfach nichts für mich. Ich wollte nicht mehr. Du hattest keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich verstehe das. Das ist einfach alles alleine. Fahr alleine hin, räum auf, man könnte danach kommen. Oh, warte mal. Munition kaufen. Ja. Ja. Kann man denn Munition kaufen? Tja, das kannst du mit der Tastatur machen. Doch, du kannst auch auf den linken Stick drücken. Ich benutze keine Tastatur. Ich bin Verfechter der Tastatur. Doch. Ich finde, fahren geht einfach besser mit dem Controller. Ja. Und Auto-Aim geht auch besser mit dem Controller. So, mal gucken, was wir jetzt für ein schönes Auto bekommen. Könnt ihr mal aufhören, da so schön rumzuposen? Ja, der lädt noch. Ihr seht so richtig wannabe aus. Ja, aber du siehst wannabe aus. Gar nicht, ich seh voll real aus. Mit deinem Bandana und so. Ja, siehst du, ich bin voll real. Ja, das nehm ich. Ist in Ordnung. Das wäre ganz gut. Also ich nehm ein total schönes. Das machen wir jetzt kaputt. Oh, guck mal, da hinten ist ein großes. Das halte ich jetzt an. Find ich irgendwer das Schöne hier? Ich hab ihn erwischt. Wir können rein. Nehmen wir jetzt vier Autos? Ja. Sehr schön. Vier Autos, die explodieren können. Juhu. Ja, würde ich noch gerne mal drüberfahren. Vielleicht sollten wir das so total klug machen. Erstmal die Autos explodieren lassen und dann uns da verstecken. Wir schicken die Autos rein, lassen die explodieren. Kann man das nicht machen? Wir kaufen uns Transformers und die explodieren. Perfekt. Alles ist toll, die Rennen reiten lassen explodieren, yo. Wir kaufen uns Transformers und lassen die für uns kämpfen. Ja. Beste Idee ever. Noch besser als die von Shafi. Nehmen wir den mit, nehmen wir den mit. Das Aunticken. Ja. Ah, dann. Ich will ihn wieder abschießen. Was, der Redneck will mich töten? Was für ein Mutterficker. Du ziehst mich jetzt nicht aus meinem Auto raus. Richtig, ich überfahre ihn jetzt. Einfach mal. Ey, lass meinen Wagen in Ruhe. Das ist mir schluckig. So nicht. Wie oft lässt er sich denn überfahren? Was macht ihr denn hier für Sachen? Ich bin gerade noch mit den Rednecks beschäftigt, tut mir leid. Jagen wir unsere Autos jetzt hoch oder lassen wir es? Nein. Ist er jetzt endlich tot? Au. Ich hätte nicht gegen das Straßenschild fahren sollen. Au. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin sauber rausgehoben. Und wo packe ich jetzt? Einfach dran stellen, irgendwo. Ich hätte mir vielleicht auch Munition kaufen sollen, weil ich habe einfach keine Dings mehr. Nein, keine Raketenwerfer mehr. Ja. Habe ich noch ein bisschen was von. Oh Gott. Oh, da kommt Lechwig irgendwo in die Wand. Oder doch nicht. Genau, dass man wenigstens rechts vertauscht ist. Kein Wunder, dass ich sterbe. Au. Wenn ich nicht richtig hinhöre. Ah, das ist ja. Hm. Was denn? Ja. Die Cellphones gehen loko, baby. Loko. Loko. Zeit für Raketenwerfer. Ich stelle mich mal von den Autos weg dafür. Nein. Ja. Habe ich. Habe ich. Ich nehme die nächsten. Wer zuerst macht. Der rechte. Ah, ich werde abgeschossen. Warte. Jetzt nicht mehr. So. Nein, komm schon. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist mir egal, die sind schon tot, aber Hauptsache es macht dumm. Weil wir so schön sind, so schlau sind. Irgendwas mitläuft. Kiki, Kiva. Werden wir miss Wajikis? Was sag ich doch? Das habe ich mir einfach vorgestellt. Ah. Sagen wir das nicht immer, irgendwie? Da gibt es einfach gefühlt unendlich viele von. Das Problem mit dem Zweck ist, ich habe einfach keine Munition mehr bei meinen Dingsbums. Dingsidings, Dings, Dings, hier. Super. Ach, beim Dingsidings, ja, ja, klar. Ja, ja, das Dingsidings. Da gibt es aber noch ein Snipergewehr hier, das muss reichen. Aber da gibt es aber kein Auto-Aim mit, was willst du denn da machen? Ja, das ist, wir haben verloren, leider. Scheiße. War einfach ein letzter Versuch, aber... Ah! Ich habe Schüsse abbekommen. Das Schlimm ist, ich sehe sie halt nicht. Ich auch nicht. Das ist mit Auto-Aim so viel cooler, weil ich dann halt wirklich sehe, wo sie stehen. Guck mal auf die Karte, das sind immer viele. Eben, wir haben es bald. Deswegen sehen wir die auch nicht, weil es einfach nicht mehr so viele sind. Hauptsache ich habe nur ein Pisswasser und 20 Kippen. Ja, du auch, weil sind wir dir auch die ganzen Kippen übrig? Beide Strip-Marks. Einer ist noch drin. Und einer ist irgendwo da hinten. Kann ich den da hinten bitte mit einem Raketenmeer verholen? Ich habe Angst, dass du sie durchgehebst. Das ist alles verschwindet auch wieder, also das ist nix. Gut, der andere Typ scheint auch weg zu sein, dann fliege ich mal eine Runde. Nee, der ist in der Halle, pass los auf. Nee, der ist dahinter, nicht in der Halle. Nee, der ist hier neben. Da ist er, der Schlingel. Jetzt ist er nicht mehr daneben. Juhu. So, jetzt fliegen wir mal eine Runde. Ja, hol ich mir erstmal ein Medipack. Ja, bei mir steht auch, verlasse das Flugfeld. Wir haben es geschafft, Mann, wir haben es geschafft. Ja, Mann. Woop, woop. Ja, ich nehme die Gangsterkarre. Ist in Ordnung, soll ich sie mal in die Luft jagen? Ich bin mitge... Zeig dir überein. Ja, ich wollte gerade sagen, ich zeig dir überein.